na dann auf 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 mal das wunderbar mit dem sieg zum abschluss etwas mitnehmen schon gibt auch ein bisschen das gegner team an das zieht bei mir nicht anders aus aber wie gesagt haben wir hatten irgendwo ein bisschen spaß an der sache das ist also wie gesagt wir sind ja alle keine prof das passt doch mal irgendwo jetzt gerade dazu kann wäre auch schaut fremd nehmen wir fast auf schuld finde wirklich also vielleicht nicht egal geht auch so haben wir jetzt die gegner sind jetzt in führung scheiße da steht die twitch da bin ich auch gerade volle jahre gerannt welche gegner auch das war doch fett und trotzdem steht ja noch vor die so aber das war jetzt tot am ball bleiben zurück an die arbeit auch so ist es wieder von uns mann wir mal spät die gewertig ja für zwei seiten urex und versuchen wir noch was ja ja die es ist schön in der ecke das ist nicht wahr der kapital genauso in der nächsten ecke das ist mit der twitch doppel wer zwei mann sitzt vor der tüte das ist nicht wahr kapital stirbst du nicht oder das dauert lange weile willst du nicht zeit hier hin ja chill du mal wieder der ecke ich habe zwei von denen der kämpfen sind die erste und der kapital auch okay so viel zum themen musik zum abschluss und Ich lade mein Magazin! Ich lade kurz nach. Zwei Minuten noch. Zwei Minuten noch. Ach man, wieso stirbt ihr nicht? Obwohl ich hab's wahrscheinlich noch nie getroffen. Das ist nicht wahr, wieso trifft ihr mich nicht? Ich lade so eine schlechte, kann ich weiter? Nur noch eine Minute. Hallo IQ! Schön, dass du auch mal wieder da bist. Wenn du überhaupt mal da bist. Boah, du kannst ihn ja gar nicht. Ich treffe heute nichts in der Runde. Drei Kills, 14 Tode. Boah, so eine schlechte Runde. Nur noch 15 Sekunden. Nur noch 10 Sekunden. Einen konnte ich mir doch holen, aber zwei nicht. Naja... Aber übelst auf die Fresse gegen... mit 23 Punkten Rückstand. ... 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 Bis nächste Woche, ja, oder wahrscheinlich nächste Woche, genau wie es bei euch aussieht. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Adios, bye bye. Tschüss.